Ja, ich habe, nachdem ich mich da mehr damit beschäftigt habe, entschieden, ein Buch zu schreiben. Und da ich nicht die Expertise habe, da ein wirkliches Fachbuch schreiben zu können, habe ich mich dafür entschieden, einen fiktiven Roman zu schreiben, der sich aber im Kern in diese Plastik-Müllproblematik dreht. Da gab es einen besonderen Anlass für. Du hast einen Auslöser gehabt, der dich dazu gebracht hat, das Buch zu schreiben, oder? Ja, ich bin als Ingenieur im Anlagenbauer, die viel international unterwegs gewesen ist. Und speziell in Asien ist mir dann verstärkt aufgefallen, wie viel Müll da an den Stränden liegt, wie viel Müll da angeschwemmt wird, wie die Leute da mit dem Müll umgehen. Zum Teil wird der einfach wahllos am Strand ausgeschüttelt oder verbrannt und Mietüberrest ins Meer geschmissen. Und da ist also unheimlich viel Aufklärung noch notwendig. Und ja, das hat so den Auslöser gegeben, um zu entscheiden, was zu machen.